Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Heute geht es darum, wie ihr einen lokalen APT-Mirror erstellen könnt und wie ihr den auch aktuell haltet. Bevor es mit dem eigentlichen Thema losgeht, noch ein bisschen Eigenwerbung. Ich bin der Hauptentwickler vom Softwareverteilungssystem M23. Und daneben biete ich eben auch verschiedene Dienstleistungen an, zu M23 natürlich, zu Linux und freier Software. Ich entwickle Software in diversen Programmiersprachen, ich administriere, ich biete jetzt auch Premium-Online-Schulungen an, Support und Beratung zu quasi allem, was irgendwie mit Linux und Open Source zu tun hat. Im Laufe der Zeit ist auch ein Handbuch entstanden aus diversen Workshops, das Administration von Debian & Co. im Textmodus heißt. Seit neuestem biete ich auch individuelle Premium-Online-Schulungen an. Die können zu verschiedenen Wunschthemen aus dem Linux-Open-Source-Bereich sein, wie zum Beispiel M23 für Entwickler oder eben auch für Administratoren. Dann Administration von verschiedenen Distributionen zum Thema Sicherheit, Free-IPA, Paketmanagement und so weiter und so fort. Da habe ich eine Menge gemacht. Oder eben auch zum Thema Entwicklung. Das kann Pakete bauen sein oder Skriptprogrammierung, Grundlagen von C++ oder ja, diversen anderen Dingen mehr. Ja, sollte das Ganze noch nicht interessant genug sein, so können wir daraus auch ein Online-Escape-Game machen. Dazu habe ich so ein Szenario entwickelt mit Sound-Effekten und je nachdem, worum es in eure individuellen Schulungen gehen soll, kommen da auch spezielle Rätsel dazu, die genau dazu passen. Fragt da einfach mal nach. Wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr mein Kontaktformular nehmen und einfach mal fragen, ob wir da was zusammen machen können, ob ihr irgendwie Dienstleistungen von mir haben möchtet, Schulungen oder was zu M23 wissen wollt. So, jetzt geht es aber auch wirklich mit dem eigentlichen Thema los. Doch erstmal dazu, was ist so ein APT-Mirror überhaupt? Das ist ja quasi ein Datenspeicher, der eben ja alle Pakete oder eben eine Teilmenge aller Pakete einer Distribution spiegelt. Also das ganze Zeugs wird auf eine lokale Festplatte heruntergeladen und dann eben wieder verfügbar gemacht, sodass ihr innerhalb von eurem lokalen Netzwerk das Ganze eben verwenden könnt, um damit Installationen zu machen. Ihr könnt diesen Mirror darauf beschränken, dass er eben bloß ein Teil spiegelt. Ihr könnt zum Beispiel sagen, dass ihr jetzt bloß Pakete haben wollt, die für AMD 64, also für 64-Bit-CPUs, kompiliert sind. Ihr könnt auch andere Architekturen wählen. Wenn ihr ältere Rechner habt, dann sagt ihr halt i386 für 32-Bit-Rechner. Oder ihr könnt eben auch Zweige bei der Distribution auswählen, zum Beispiel den Mainzweig bei Debian, der eben bloß freie Software enthält. Ihr könnt auch noch sagen, dass ihr neben den Binärpaketen auch noch die Quelltexte dazu haben möchtet, aber das verbraucht natürlich wieder zusätzlichen Speicher und wenn ihr es eh nicht braucht, braucht ihr den Speicherplatz nicht auf eurer Festplatte und ihr müsst es auch nicht runterladen. Das Ganze ist dazu da, um Installationen auch ohne Internetzugang zu ermöglichen. Neben den Installationsmedien, die ihr vielleicht habt von eurer Distribution, die so groß sind wie die DVD, da ist ja schon eine Menge bei, aber so ein ganzes Archiv von allen möglichen Programmen, die Debian mitbringt, ist halt eben noch deutlich größer, als was auf so eine DVD passt. Damit könnt ihr eben beim Internet ausfallen, also wenn das Internet halt ausfällt, oder in abgeschottelten Netzwerken auch Installationen machen von Paketen, die über dieses DVD-Medium hinausgehen, weil ihr eben wieder Zugriff auf alle Pakete habt, die in eurem Mirror liegen. Und dann gibt es auch noch als Grund, in so einem Projekt war ich mal, dass man Paketstände sichern möchte und das eben über eine lange Zeit. Also wenn man jetzt Projektlaufzeiten von vielleicht 20 Jahren hat und nach zehn Jahren vielleicht nochmal auf den Stand von vor zehn Jahren zurückgreifen möchte, dann ist es gut, wenn man wirklich alle Pakete nochmal als Archiv hat und die vielleicht auch irgendwie wegschließt, weil das durchaus wichtig sein könnte. Denn eventuell braucht man in zehn Jahren nochmal ein Paket dazu, was man vor zehn Jahren nicht installiert hat. Und so hat man auf diesem Spiegel eben wirklich alle Pakete, die man eventuell in Zukunft nochmal braucht. Damit ihr mal so eine Vorstellung habt, wie groß sowas werden kann, habe ich bei mir mal geguckt. Ich habe nämlich mal verschiedene Mirrors mir angelegt. Einige habe ich auch schon wieder weggeschmissen. Die Debian 10 Varianten von Debian und dem Raspberry Pi OS, die habe ich weggeschmissen. Aber damit ihr mal wisst, wie groß sowas werden kann. Also bei Debian 11 für nur die 64-Bit-Version braucht ihr so ungefähr 85 GB. Wenn ihr jetzt auch noch die Quellen dazu nehmt, könnt ihr nochmal 100 GB dazu packen. Also das ist der Speicherplatz auf der Festplatte, wo ihr euren Mirror anlegt und natürlich auch, was dort erstmal runtergeladen wird. Also das kann lange dauern, runterzuladen. Und ihr braucht eben auch wirklich diesen Platz, der dafür gebraucht wird. Bei Debian 10, der 64-Bit-Version mit Quellen dazu, ist es ungefähr genauso groß wie bei Debian 11. Da hat sich insofern nicht viel getan. Das Raspberry Pi OS in der Version 10 in 32-Bit verbraucht 130 GB. Ja, also das sind so grobe Größeneinschätzungen für euch, wenn ihr euch überlegt, dass ihr sowas machen wollt. Es braucht halt wirklich viel, viel Platz. Und ihr solltet euch auch wirklich überlegen, ob ihr das braucht. Also wenn ihr jetzt wirklich Installation ohne Internetzugang machen wollt oder euch vor einem Internetausfall wappnen möchtet, dann ist das eine gute Sache. Aber ansonsten braucht ihr es wahrscheinlich eher nicht. Ja, so schön so ein Upmirror auch ist. Alleine mit den Paketen, die dort rumliegen, könnt ihr noch keine neuen Systeme installieren. Ihr braucht also irgendwie ein Installationsmedium für eure Distribution. Ich habe da einfach mal rausgesucht für Debian, wo ihr jetzt auf dem Debian-Server die verschiedenen ISOs hier findet. Und ich habe hier eben auch mal rausgesucht, dass zu dem aktuellen Zeitpunkt jetzt aktuelle Debian, DVD-ISO, ja, da ist schon eine Menge mit bei. Unter dieser URL könnt ihr es runterladen. Für Linux Mint gibt es dort die Seite, da könnt ihr es eben auch runterladen. Und für Ubuntu gibt es das denn hier. Dort bekommt ihr diese ISO-Dateien, die entweder auf eine DVD brennt oder irgendwie auf einen USB-Stick draufschubst. Neben den ISO-Dateien gibt es auch Abbilddateien für andere Systeme. Zum Beispiel für das Raspberry Pi OS gibt es ja Abbilddateien, die ihr auf eine SD schreibt oder zum Beispiel eine externe SSD, wie ich das in anderen Videos auch schon mal gemacht habe. Und da ist eben alles drauf. Also das ist so eine andere Art von Installationsmedium. Also ist nicht direkt ein Installationsmedium. Es ist einfach das Abbild einer Festplatte, SD-Karte, sonst was, wovon ihr nachher booten könnt. Das ist etwas, was ihr auch noch braucht, wenn ihr jetzt Langzeitarchivierung betreiben wollt und nach zehn Jahren vielleicht nochmal eine Installation mit einer Uraltversion machen möchtet, dann braucht ihr das eben auch. Oder wenn das Internet ausfällt. Also runterladen, ablegen und dann ist es gut. Und diese ISOs, die braucht ihr eben auch nicht täglich neu runterladen, wenn es eine neue Version gibt, da euer Uptmirror eben auch aktuell gehalten wird. Dann macht ihr einfach ein ganz normales Update von dem System, was ihr damit installiert habt. Und dann seid ihr eben auf dem Stand, vom Paketstand her, den euer Uptmirror eben auch hat. Nachdem ihr jetzt wahrscheinlich entschieden habt, ob ihr so ein Uptmirror überhaupt braucht oder das Video überhaupt nicht mehr weitergeguckt habt, weil die ihn wirklich nicht braucht, kommen wir zu dem Skript, was ich vorbereitet habe, was so ein Uptmirror einrichtet. Dieses Skript guckt ihr euch natürlich genau an, wie alle Sachen. Verlinkt ist es hier. Wir gucken uns das nachher auch nochmal ein bisschen genauer an. Und das Ganze führt ihr eben als Root aus. Damit wird euch eben alles installiert, damit das Ganze funktioniert. Und ihr bekommt hinterher ein Mirror mit den architekturunabhängigen und binären Paketen der Distribution, die ihr gerade verwendet. Dabei wird der WebServer Engine X installiert. Der sorgt dafür, dass die Pakete, die in eurem Mirror, in eurem Spiegelserver rumliegen, auch wiederum verwendet werden können. Also es macht ja irgendwie keinen großartigen Sinn, wenn da jetzt ganz, ganz viele Pakete rumliegen. Aber keiner kann was damit anfangen. Also gibt es eben über dem WebServer eine einfache Möglichkeit, damit APT auf eurem Endgerät darauf zugreifen kann. Dann gibt es APT Mirror ist die Software, die diese Spiegeln vornimmt, die also die ganzen Pakete aus dem Internet runterlädt und auch zusätzliche Informationen wie Signaturschlüssel, wie diese Paketindex-Dateien und alles, was gebraucht wird, herunterliegt und das in einer Struktur auf eurer Festplatte ablegt, die eben von APT auch verwendet werden kann. Das macht eben APT Mirror mit den verschiedenen Einzelteilen, die da drin sind. Dann gibt es DL Mirror, das ist das Download-Skript, was hier erstellt wird durch mein anderes Skript, was den Spiegelvorgang anstößt. Dann gibt es auch noch Listen-Dateien, die eine Liste mit den Paketquellen und zusätzlichen Einstellungen bereithält, die zum Bau von diesem APT Mirror gebraucht werden. Das ist so ein bisschen so wie die Sources-List bei Debian und Ubuntu, wo steht, von wo welche Pakete runtergeladen werden können und es sind auch noch ein paar zusätzliche Informationen drin, wie das Verzeichnis, wo diese ganze Struktur von dem APT Mirror abgelegt werden soll, wie viele Downloads gleichzeitig laufen sollen und so weiter und so fort. Und dann wird auch noch ein Cron-Job angelegt, der täglich diesen Mirror aktualisiert. Also täglich werden da einmal neue Pakete runtergeladen, die sich auf dem offiziellen Debian oder Ubuntu-Server befinden und die werden in eure Struktur in den APT Mirror eingegliedert und alte Pakete werden eben auch rausgeschmissen. Das passiert täglich. Täglich ist da jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel runterzuladen, im Gegensatz zu diesem, was beim allerersten Mal runterladen mit dabei ist, ist jetzt täglich nicht mehr so viel Traffic dabei. Also das allererste Anliegen von diesem Mirror, das ist wirklich der größte Klumpen, diese, ja, wie viel hatten wir jetzt hier, diese, ja, 85 GB, diese 187 dafür, das ist wirklich bloß das allererste Mal mit dabei und täglich kommt da halt weniger, je nachdem, wie viel sich an den Paketständen halt geändert hat. Und bei so einer stabilen Distribution wie Debian oder Ubuntu ist diese Fluktuation eben auch nicht mehr so groß. Da das Ganze als Serverdienst ausgelegt ist, habe ich das auch so gemacht, dass jeden Tag so eine Benachrichtigungs-Mail ja bei euch eintrudelt. Die Dodger Tools haben dafür so eine Schnittstelle, womit das Ganze eben abgehandelt wird. Und dafür braucht ihr eben auch einen Mail-Server. Ihr könnt eben, je nachdem, was für ein System ist, einen lokalen Mail-Server installieren. Da habe ich hier ein Video zu gemacht, wie sollte es anders sein. Und dann könnt ihr natürlich auch einen externen Mail-Server verwenden. Habe ich hier auch nochmal ein Video zu gemacht, dass ihr, ja, irgendeinen SMTP-Server bei irgendeinem Hoster verwenden könnt, der für euch diese Mails verschickt. Also wenn ihr jetzt bei euch lokal vielleicht einen Raspberry Pi habt, der diesen Mirror aufbauen soll, so wie ich das auch mache, dann habt ihr vielleicht einen externen SMTP-Server bei einem der großen Hoster und dann werden darüber halt die Mails verschickt und dafür könnt ihr eben dieses MSMTP verwenden. Ja. Oder ihr verzichtet eben auf diese Funktionalität und dann bekommt ihr keine Benachrichtigung. Aber ich finde das eigentlich immer ganz praktisch, dann sehe ich halt jeden Tag, ja, es wurde da dieses Mirror-Skript einmal aufgerufen und das Ganze wurde aktualisiert und, ja, hat hoffentlich funktioniert. Bis jetzt hat es immer geklappt und das ist immer eine ganz gute Rückmeldung. Denn ansonsten habe ich immer so die Befürchtung, dass diese Dinge, die man einmal eingerichtet hat, sehr schnell auch wieder in Vergessenheit geraten, wenn man nicht ständig darauf hingewiesen wird, ach, übrigens, das gibt es noch und es funktioniert auch noch. Denn sonst kommt man vielleicht zu dem Punkt, wo man es wirklich braucht und erst wenn man dann feststellt, ja, übrigens, das ist nie gelaufen oder das ist schon nach drei Tagen kaputt gegangen, dann nützt einem das alles wirklich gar nichts. Also regelmäßige Überprüfung oder Rückmeldung finde ich immer ganz praktisch. Aber es müsst ihr wissen, wie ihr das haben möchtet. Für Dinge, die in diesem Video noch kommen werden, brauchen wir die Dodger-Tools. Die Dodger-Tools sind eine, ja, über die Jahre stetig erweiterte Sammlung von Bash-Skripten und Debian-Paketen für, ja, eigentlich alle Linux, insbesondere Ubuntu, Debian, Linux Mint, Nutzer und Administratoren, die ich über verschiedene Jahre mal gemacht habe und wo ich mir einfach mal dachte, das ist praktisch auch für andere. Also ich habe diese einzelnen Skripte, die ich gebaut habe, immer für mich selbst benutzt und zum Teil habe ich die jetzt eben geöffnet und die findet ihr in den Dodger-Tools. Dabei sind zum Beispiel Werkzeuge zum Erstellen von Debian-Paketen und Paketquellen, Skripte zum automatisierten Aktualisieren von Servern, intelligentes Editieren von Dateien, so dass ihr dann sagen könnt, ja, wenn diese Zeile vorhanden ist, dann füge darauf folgend Folgendes ein, wenn es noch nicht vorhanden ist und all solche Dinge. Damit das Ganze relativ einfach zu installieren ist, habe ich so ein Skript vorbereitet, was ihr eben runterladen könnt. Die URL steht auch da drin. Das ganze Skript ladet ihr nach TMP zum Beispiel herunter und dann mit WGET könnt ihr es eben über die URL runterladen und dann führt ihr dieses Skript mit Hutrechten aus. Damit werden ein paar Dinge eingerichtet, also der Signaturschlüssel wird importiert, damit auch überprüft wird, dass diese Pakete auch wirklich von mir kommen. Dann wird eine zusätzliche Paketquellenliste angelegt, damit über APT, das Paketverwaltungssystem von Debian und Ubuntu, diese Pakete, die es bei mir in diesem Dodger Tools Repository gibt, auch heruntergeladen werden können und das Hauptpaket Dodger Tools wird eben auch gleich noch mit installiert. Es gibt relativ viele einzelne Skripte in meinen Dodger Tools drin. Die nenne ich hier Module und je nachdem, welche Module ihr davon benutzen möchtet oder was ich hier auch in diesem Video vorstelle, braucht ihr mehr oder weniger von diesen Abhängigkeiten, die in einem Modul nicht automatisch mit installiert werden. Wenn es in einem Modul zum Beispiel um Audio-Kompressionen geht, dann wird vielleicht der Ock-Encoder für das Audio-Format benötigt und wenn ihr dieses Modul ausführt, dann werdet ihr eben darauf hingewiesen, dass dieser Ock-Encoder nicht installiert ist und dass das Skript deswegen nicht ausgeführt werden kann. Und wenn ihr jetzt einfach alles mit installieren wollt, dann macht das über apt-get install-y dodger-tools-install-suggests. Ja, genau. Damit kriegt ihr wirklich alles mit. Da wird eine Menge bei sein, was ihr wahrscheinlich niemals benutzen werdet, aber dann habt ihr schon mal alles da. Oder ihr probiert die einzelnen Module aus und installiert per Hand halt die Abhängigkeiten. Ja, das war's dann auch wieder. Viel Spaß beim Nachmachen, beim Nicht-Nachmachen, beim Bauen eines Mirrors oder eben auch nicht. Ja, bis zum nächsten Mal. Abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.